Nach meiner dreijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung zum Bürokaufmann hier an der Ludwig-Erhard-Schule habe ich mich dazu entschieden, das einjährige Berufskolleg Fachhochschulreife genauso hier an der Schule zu absolvieren, um anschließend die Möglichkeit zu haben, studieren zu gehen. Mein Wunsch war schon immer zu studieren, deswegen bin ich nach meiner mittleren Reife hier an diese Schule gekommen, habe dann meine Ausbildung als zahlmedizinische Fachangestellte gemacht, habe dann die Fachhochschulreife hier an der Schule absolviert und mache jetzt nun mein Abitur nach in der Wirtschaftsoberschule. Nach der mittleren Reife in meiner Ausbildung habe ich mir überlegt, was ich danach machen will und da ich zum Studierenden die Fachhochschulreife brauche, bin ich dann auf die Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim und komme, um das einjährige BKFH zu machen. Was mir sehr gut an der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim gefällt, ist der kommunikative und offene Umgang der Lehrer mit den Schülern, aber auch umgekehrt. Empfehlenswert sind die Bildungsgänge für alle diejenigen, die das Abitur bzw. die Fachhochschulreife anstreben, um anschließend studieren gehen zu können. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!